Leben. Leben. In diesen Tagen wacht der Frühling auf. Und wir freuen uns daran, weil wir Menschen wollen leben. Und es ist der kalte Winter vorbei. Diese Tage war ja nicht so kalt. Aber der Frühling ist trotzdem gekommen. Und wir wollen gestalten als Menschen. Und weil wir Menschen gern unser Leben gestalten, kaufen wir uns Blumenerde. Blumenerde deswegen, weil wir wollen unseren Garten gestalten. Wir selber haben zwar keinen Garten mehr, sondern einen Balkon. Aber auch diesen Balkon will meine Frau gestalten mit Blumen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es sogar im Überfluss. Im Überfluss. Ich bin froh, dass Jesus sich sehr präzise ausdrückt. Er sagt es ganz klar. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Er ist kein knickriger Gott. Er ist ein Gott, der großzügig ist. Er ist ein Gott, der sich freut an der Natur, an dem Leben. Drum hat er sie so geschaffen, dass alles aufsprießt und erwacht und wir froh sind. Jesus will, dass wir leben. Aber schauen wir es uns an. In diesen Tagen, was hören wir? Wir hören von einem Kampf ums Leben. Wir leben in anderen Zeiten. Wie passt dieser Vers zusammen? Ich habe in der Zeitung gelesen, letzten Osternsonntag, habe ich gelesen, der Kampf ums Leben. Es war die Überschrift. Dieses Thema hat mich beschäftigt. Es ging darum, ein junger Mann, 16 Jahre alt, hier in unserer Nachbargemeinde, hatte einen schweren Unfall. Und er ist querschnittsgelähmt gewesen. Und die Mutter, es war ein Kampf ums Leben und Tod. Und die Mutter steht in diesem Zeitungsbericht drin, betete zu Gott. Sie flehte zu Gott, dass ihr Sohn überleben möchte. Und tatsächlich, Gott hat ihr gebetet, er hört zu, wird es geschildert. Und der Sohn hat diesen Kampf gewonnen mit den Ärzten zusammen. Er kam ins Leben zurück. Heute ist er 20 Jahre alt. Er hat einen Fuß verloren. Er ist querschnittsgelähmt. Aber er ist dankbar. Dankbar, dass er leben kann. Und dass er jetzt sein Leben als junger Mann gestalten kann. Diese Botschaft hat mich sehr angesprochen und bewegt. Tja, wir leben in Zeiten von Corona, Tod und Leben. Plötzlich sind wir als Gesellschaft diesem Thema ganz lebensbedrohlich ausgesetzt worden. Jahrzehnte, wir haben keinen Krieg, nichts mehr erlebt, kein Krieg, nichts. Ist dieses Thema nicht so ein Thema gewesen. Wir sind bedroht. Wir beschäftigen uns mit Leben und Tod. Es ist ein Thema geworden aktuell. Aber, sind wir ehrlich, in Deutschland 40.000 Intensivbetten. Es ist aufgestockt worden. Wenn wir in Entwicklungshilfe-Länder schauen, und in diesen Tagen haben wir Berichte gehört, Ecuador, die Toten lagen auf den Straßen. Hier ist der Kampf um Leben und Tod sichtbar geworden. In Senegal gibt es 90 Intensivbetten. 90. Das ist in der Region Dakar, wo quasi alles angesiedelt ist, wohnt ein Viertel der Gesellschaft, ein Drittel der Gesellschaft, 5 Millionen Menschen, für 90 Intensivbetten. Es gibt nur 96 Ärzte, die diese Betten bedienen können. Der Kampf um Leben und Tod ist dort real. Anders als bei uns. Schauen wir hin. Wo anders. In andere Regionen. Wir haben ein Projekt in Senegal und ich habe sofortige Maßnahmen ergriffen. Ähnlich wie hier. Die Schulen sind geschlossen worden, die Tagesstädte für die Kinder, Straßenkinder. Unser Zentrum habe ich in eine freiwillige Quarantäne gesteckt. Keine Reisen mehr, keinen Austritt, sondern es musste die Tore geschlossen werden. Und die Nahrungsmittel. Wieder ein Kampf um Leben und Tod. Mussten aufgesteckt werden. Der Staatspräsident von Senegal, er hat tausende Tonnen Reis gekauft. Es gibt Fotos im Internet darüber. Es ist ein Berg unvorstellbar. Weil er seine Gesellschaft, seinen Staat schützen will vor dem Tod. Er will, dass sie leben. Und darum kauft er Nahrungsmittel. Ich hatte genauso reagiert und habe gedacht, ich kaufe sofort für unsere Leute im Zentrum, wo sie wohnen zusammen, Lebensmittel, die Kinder, die dort sind. Und ich habe Lebensmittel für drei Monate gekauft. Und jetzt sind sie gekommen. Ich habe ein Video gekriegt von meinen Leuten. Und es war herrlich. Sie haben es mir sogar mehrfach geschickt, weil sie waren auch froh und freudig. Sie jubeln darüber, wie sie den Reis jetzt sehen. Säcke von Reis. Und es ist wirklich witzig. Milch. Und Öl. Es berührt mich. Es berührt mich. Weil sie froh sind, dass ich Sorge für sie trage. Dass sie versorgt sind. Es sind Kinder. Sie können sich nicht versorgen. Sie sind abhängig. Aber sie wollen leben. Und diese Nahrungsmittel bedeuten Leben. Bedeuten Leben. Der Kampf um Leben und Tod ist dort sehr real. Wir haben das glücklicherweise hier in unserer Gesellschaft nicht so. Ich möchte, bevor wir uns mit dem Leben intensiver beschäftigen, zusammenfassen. Was bedeutet eigentlich dieser Kampf um Leben? Bei uns bedeutet es nicht so viel. Aber schauen wir noch auf Ostafrika. Die Hungerskatastrophe, die durch die große Heuschreckenplage zurzeit existiert. Die hören wir fast nichts davon in den Nachrichten. Seit Wochen, Monaten wird Ostafrika von Heuschreckenplagen. Ungeahnten Ausmaßes überzogen. Eine Hungerkatastrophe. Eine humanitäre Katastrophe droht. Der Kampf um Leben und Tod ist real. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben. Und leben im Überfluss. Im Überfluss. Es bedeutet auch tatsächlich genau das, was er meint. Über das Normale hinaus. Über das Notwendigste hinaus. Nein, etwas Besonderes. Ein größeres Maß als das normale Leben. Wieso bringt er das so? Und interessanterweise setzt er es auch genauso im Vergleich. Er sagt Leben und Tod. Und wenn wir den Vers richtig lesen, dann müssen wir uns ja eigentlich fragen, wie kann Jesus so einen Ausspruch tätigen? Ist er weltfremd? Wie kann er in diesen Tagen so einen Ausspruch tätigen? Leben im Überfluss. Nein, Jesus ist nicht weltfremd. Er hat sogar die Menschen geschaffen und die Erde. Er weiß, was ein Mensch bedeutet und was Hunger bedeutet. Er ist Mensch geworden. Er hungerte, wie wir auch hungern können. Er weiß, was die Menschen bedarf. Und dann sagt er, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es im Überfluss. Was meint er dazu? Wenn wir den Vers vorher lesen, dann stellen wir fest, er ist in einem Kontext gesetzt. Hier heißt es, Johannes 10, Vers 10, Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Es ist interessant. Er setzt Leben und Tod gegenüber. Oft macht Jesus das. Um eine Sache zu verdeutlichen, bringt er es auf den Punkt. Hier ist der Tod. Der Dieb stiehlt, verderbt, zerstört, ist der Tod. Und hier ist Jesus. Er bringt das Leben und nicht nur Leben, sondern Leben im Überfluss, in der Fülle. Hier sind die zwei Positionen, um die es geht. Und Jesus stellt es gegenüber und er will eine Frage damit produzieren. Was wollen wir? Das, Tod oder Leben? Und er sagt, ich bin das Leben. Nein, er fordert uns auf. Auf was hören wir? Auf welche Botschaft hören wir? Das Leben oder der Tod? Dieser Vers steht in Johannes. Johannes berichtet viele interessante Passagen, Reden von Jesus. Und er bringt sie genauso in diesen Gegensatz. Zum Beispiel heißt es in Johannes 1, Vers 4, Und das Licht scheint in der Finsternis. Licht und Finsternis. Und dann heißt es, Johannes 3, Vers 6, Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Fleisch und Geist. Es ist interessant. Fleisch in dem Fall das irdisch Gesinnte. Und Geist, das anders ausgerichtete, nach oben ausgerichtet. Und genauso, Johannes 3, Vers 31. Der von oben kommt, ist über allem. Und der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde her. Der vom Himmel kommt, ist über allen. Er redet vom Himmel. Erde und Himmel. Die Gegensätze bringt Johannes hier auf den Punkt. Und Jesus will es genau auf den Punkt bringen. Er sagt, es gibt eine Entscheidung. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt die Erde, den Himmel. Es gibt die Finsternis. Es gibt das Licht. Es gibt den Tod. Und es gibt das Leben. Es gibt das Leben. Und er ermutigt uns. Und das ist die Botschaft auch in diesen Tagen. Er ermutigt uns. Das sind seine Worte. Er sagt, ich bin das Leben. Er ermutigt uns zum Leben. Und er bringt es auf den Punkt, Leben im Überfluss. In der Fülle. Mir gefällt der Ausdruck sehr gut, den Jesus hier verwendet. Das griechische Wort, Perisos, heißt es, bedeutet auch genau das. Überfluss. Über das Notwendige hinaus. Etwas Besonderes. Etwas Einzigartiges. Über das normale Maß. Das meint Jesus. Er bringt ein Leben im Überfluss. Was bedeutet das? Meine Wünsche im Überfluss sind nicht so ganz klar oft. Wenn ich jetzt dran denke, was für mich Überfluss bedeuten würde, würden wir oft erst sehr materiell denken. Keine Ahnung. Schönes Auto. Schöne Wohnung. Schönes Haus mit Garten. Das wäre vielleicht doch interessant. Ein Garten. Nein. Er meint das nicht. Heute haben wir einen Balkon. Er meint Überfluss etwas ganz anderes. Ein Beispiel dazu. Ich bin nach Senegal gegangen. Ich konnte nicht Französisch. Ich musste Französisch hart lernen. Zwei Französischlehrer haben mir das Geld nach einem Monat zurückgesagt. Bei ihnen ist Hopfen und Malz verloren. Und die andere war hartnäckiger glücklicherweise und hat mir wenigstens Bonjour beigebracht. A gauche, a droite, was links und rechts bedeutet. Und mit diesem guten Wortschatz ausgerüstet kam ich nach Senegal. Ich wollte helfen. Dort ist alles sandig. Vom Überfluss können wir hier nicht gerade reden. Aber ich wollte Menschen helfen. Und ich bin diesen Menschen begegnet und ich konnte helfen bis heute. Und ein Beispiel ganz konkret dazu. Samba, ein Junge, den wir von den Straßen genommen haben. Der einen Kampf um Leben und Tod hat. Weil auf der Straße leben bedeutet Infektions, Verletzungen, Wundstarkrampf ohne Impfungen. Der Tod. Er hat gewusst, dass wir ihn geholt haben, dass er gelebt hat. Und er hat, jedes Mal, wenn ich runterkomme, er ist schon erwachsen, besuchte er uns und ist froh. Und das letzte Mal hat er gesagt, ich bin so dankbar, dass ich Perspektive Senegal kennengelernt habe. Und Jesus Christus. Und beides Mal. Dadurch lebe ich. Er kann leben. Er ist heute Schreiner und er ist aktiv und er ist froh. Hier ist Leben, hat eine Qualität. Ganz deutlich. Und Leben im Überfluss bedeutet für mich, Menschen helfen zu können. Das hat mich bewegt. Das ist mehr als nur materiell. Es geht nicht um Materielles. Es geht nicht um die Häuser und unsere Reisen, ob wir jetzt im Sommer noch verreisen können. Nein. Es geht doch um die Menschen. Und Jesus geht es nur um den Menschen. Um uns Menschen geht es ihm. Und deswegen hat er sein Leben gegeben. Und ich darf das erleben, wenn ich in Afrika bin. Menschen können dadurch leben. Sie können dadurch leben, indem wir Hilfe weitergegeben haben. Das ist ein Leben im Überfluss. Menschen zu helfen. Johannes hat dieses Thema von Jesus, das Leben, erfasst. In seinem Evangelium berichtet oder überhaupt, wenn er schreibt, in der Offenbarung oder auch in anderen Briefen von ihm, in den Johannesbriefen. Das Wort Leben, das Thema Leben ist zentral. Dieses Wort kommt 135 Mal vor in der gesamten Neuen Testament, aber am meisten bei Johannes und ganz stark im Johannes-Evangelium auch. Deswegen steht auch ein Ausspruch drin, anders als in den drei anderen Evangelien, die ja auch viel berichten. Und das ist in Johannes 14, Vers 6. Da heißt es, da sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Hier sagt Jesus, ich bin das Leben. Hier bringt er es nochmal auf den Punkt. Ich bin das Leben. Und mit diesem Wort Leben, was hier gemeint ist, ist nicht dieses Leben auf dieser Erde gemeint, sondern ein qualitatives Leben. Ein hochwertiges Leben. Ein Leben, das über dieses physische Leben hinausgeht. Ein Leben in Ewigkeit. Ein Leben in Ewigkeit. Und dadurch gewinnt das Wort, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und sogar in Überfluss, sogar noch eine größere Dimension. Es ist hier der Überfluss, Leben, Menschen zu helfen, aber auch in der Ewigkeit gilt dieser Überfluss. Es ist eine fortwährende Handlung. Es ist nicht einmalig passiert, sondern es passiert kontinuierlich. Und Jesus sagt, ich bin das Leben. Eine Frage bewegen wir noch zum Schluss. Die Frage lautet doch, hören wir und auf was hören wir? Wenn Jesus sagt, der Dieb kommt zum Stehlen und er sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben, ist die Frage, auf wen hören wir? Hören wir auf den Dieb oder hören wir auf Jesus? Jesus stellt uns diese Frage. Und der Kontext von dieser Geschichte, er hat es zu Pharisäern gesagt. Können wir nachlesen, Johannes 9, Vers 41. Er bezeichnet in diesem Kontext seiner Geschichte, seines Satzes, die Menschen, die Pharisäer als die Falschen hörten. Als die Religiösen, die Gebote bringen, Gesetze, Moral, die uns knechten und nicht befreien und nicht das Leben bringen, sondern stehlen, rauben und zerstören. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben. Er kam zum Befreien, zum Retten, nicht Gebote, nicht Gesetze, Religiosität, Übungen, die uns besser machen sollen. Nein, die Person Jesus, Jesus selber, die Beziehung zu ihm bringt das Leben. Ein Abschlusssatz dazu. Johannes 10, Vers 4. Er geht vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Wie hören wir auf Jesus? Wie hören wir seine Stimme? Wie kann ich seine Stimme kennen? Das Wort kennen bedeutet eine innige Beziehung. Es wird sogar für den Geschlechtsverkehr, für Sex hergenommen. Aber nicht nur der Sex allein bringt die Beziehung. Nein, im Gegenteil, es zerstört. Der Sex in der Ehe zwischen Mann und Frau, die Beziehung, die liebevolle Annäherung, das Erkennen des anderen Menschen. Ich weiß, dass meine Frau die Blumen liebt und die Blumenerde braucht, weil sie den Balkon braucht, den Garten. Es ist mehr als nur die Person zu wissen, wie sie aussieht. Und das Wort kennen übrigens auch interessant mit der Stimme. Wir kennen jemanden. Im Film hören wir bekannte Schauspieler mit einer Synchronstimme. Wir denken oft, das ist genau die Originalstimme von der Person. Und wenn wir dann in englischen Filmen denken, hören wir fast nicht die Person. Wir können sie gar nicht erkennen, weil wir die Stimme nicht kennen, die Originalstimme. Wir kennen nur die Synchronstimme. Dadurch eine Person kenne ich, indem ich mich beschäftigt habe mit ihr. Jesus lerne ich kennen, seine Stimme lerne ich hören, indem ich mich mit seinem Wort, mit der Bibel beschäftige, indem ich das Johannes-Evangelium lese, indem ich reflektiere, verinnerliche, was er sagt. Und er redet vom Leben. Er redet vom Leben. Er will, dass wir leben und seine Stimme können. Und ein letzter Vers in Johannes 10, Vers 7 sagt er, er ist die Tür zu diesen Schafen, zu uns Menschen. Und Johannes 10, Vers 9 wiederholt er es und er sagt er, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden. Und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Denn Jesus sagt, wir müssen erst zu ihm reingehen, eingehen. Und wenn wir eingegangen sind zu Jesus, dann können wir auch wieder rausgehen. Und dann werden wir Weide finden. Diese Weide, dieser Überfluss, den er meint, sind die Menschen. Sind die Menschen, denen wir die gute Botschaft von Jesus bringen können. Denen wir helfen können. Ein- und ausgehen. Jesus ist die Tür. Und ich lade dich ein. Geh in diese Tür. Geh durch Jesus. Durch diese Tür. Geh zu Jesus, der das Leben ist. Und ich möchte beten heute. Ein Gebet, wo ich zu Jesus komme. Herr Jesus, und ich lade dich ein, bete einfach mit. Herr Jesus, ich möchte zu dir. Und ich möchte durch diese Tür, die du bist. Und ich möchte leben. Und ich möchte Leben im Überfluss haben. Amen. Ich ermutige dich. Schau auf unseren Kanal. Schau auf Wornmischen. Da gibt es noch mehr ermutigende Videos für dich. Beschäftige dich mit Jesus, mit seinem Wort. Er will leben für dich im Überfluss. Amen. Amen. ulsiv. Vielen Dank.